Hallo liebe Drummerfreunde, ich bin der Alex aus dem Soundland in Fellbach und ich stelle euch heute dieses wunderschöne Yamaha Birch Custom Absolut vor. Dieses wunderschöne Schlagzeug ist handgefertigt und besteht komplett aus 100% Birkenkessel. Wir haben die Farbe Red Sparkle und es ist komplett auch mit Nouveau Böckchen und Aluminium Spannreifen ausgestattet. Die Bus Trom hat die Größe 22 x 18 Zoll und hat zusätzlich vier Luftausgleichlöcher. Der Tom hier hat 12 x 8 Zoll, die beiden Floor Toms 14 x 14 und 16 x 14. Wir haben das Set in zwei Varianten bei uns, das heißt einmal als Shell-Set mit Bassdrum und den drei Toms und dann nochmal als Bundle mit zusätzlich der Snare-Drum, kompletten Hardware-Satz und diesen Tom-Halter hier. Und jetzt hört euch das halt einfach mal an. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Wenn euch dieses Video gefallen hat, schaut gerne noch ein paar andere an oder kommt einfach bei uns vorbei. Wir freuen uns auf euch. Tschüss! Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch.